Im Osten zu Hause und immer deine Lieblingshits. Im Osten zu Hause, MDR Jump, MDR Jump, MDR Jump. MDR Jump, MDR Jump, im Osten zu Hause. Und immer deine Lieblingshits. MDR Jump, MDR Jump, MDR Jump. MDR Jump, MDR Jump, MDR Jump, MDR Jump, MDR Jump, MDR Jump. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir sind Sarah von Neuburg und Lars Christian Kadel im Osten zu Hause und immer deine Lieblingshits. Im Osten Zuhause. Guten Morgen. MDR Jump. MDR Jump. MDR Jump. MDR Jump. Im Osten Zuhause. Und immer deine Lieblingshits. Hier ist MDR Jump bei der Arbeit mit Bernadette Hirschfelder. Im Osten Zuhause. MDR Jump. Im Osten Zuhause. MDR Jump. MDR Jump. MDR Jump. Das MDR Jump. Fünf Spielrunden jeden Tag. Und jeden Morgen um 10 vor 7 in der MDR Jump Morning Show. Ein neuer Hinweis der Kinder. Alle Infos und unsere Teilnahmebedingungen auf mdrjump.de. Hier ist der MDR Jump Feierabend Countdown. 17 Uhr. Das Wichtigste heute Nachmittag mit Matthias Becker. MDR Jump Nachrichten. Der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten ist es einiges los. Erstmal Vorsicht A2 in Richtung Hannover. Zwischen Thesen und Burg Ost eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der linken Spur nach wie vor. Habt ihr noch was entdeckt? 0800 123 2340. Und die aktuellen Temperaturen. Salzwedel 21 Grad, Sonneberg 29, Dresden 31. So mixt aus Sonne und lockeren oder auch mal dichteren Wolken. Zwischen Harz und Altmark einzelne gewittrige Schauer. Später dann aber von Altmark und Eichsfeld her wieder freundlicher. Fünf nach fünf. MDR Jump im Osten zu Hause. Der MDR Jump Feierabend Countdown. MDR Jump. MDR Jump. Im Osten zu Hause. MDR Jump. MDR Jump. MDR Jump. Im Osten zu Hause und immer deine Lieblingssitz. Hier ist MDR Jump am Abend mit Chris Löwe. Im Osten zu Hause. MDR Jump. Im Osten zu Hause. Und immer deine Lieblingssitz. MDR Jump. MDR Jump. MDR Jump. Im Osten zu Hause. MDR Jump. MDR Jump. Im Osten zu Hause. Im Osten zu Hause. MDR Jump.